hallo leute und willkommen hier bei miAppleCat es gibt mal wieder neuigkeiten hier zu ios zu ios 12 als auch zu ios 13 ja zu ios 13 gab es leaks die zeige ich euch gleich mal hier auf meinem iphone 10 aber zuerst mal zu ios 12 und genau zu ios 12.4 beta 3 ja das ist sie die allerletzte beta davon gehe ich mal ganz stark aus der nächste woche wird ja ios 13 vorgestellt auf der wwdc also die beta 3 schlägt hier auf mit um die 200 megabyte und ist hier ja noch nicht runtergeladen hier installiere ich die software gerade und ich zeige euch davon jetzt mal überhaupt gar nichts nein denn es gibt dort nichts neues zu zeigen mal wieder da wurde im hintergrund ein bisschen gefeilt ein bisschen poliert und es gab wohl ein paar änderungen in der apple tv app hier dass da noch ein paar neue channels zugefügt wurden aber das betrifft uns ja hier nicht in deutschland oder generell in europa denn das ist ja alles nur erstmal exklusiv für den amerikanischen markt so da hinten auf dem iphone 6 installiert das ganze noch und wir gehen jetzt hier auf den interessanten part das ist nämlich ios 13 schaut euch noch mal an wie mein homescreen hier aussieht in ios 12 und so sieht er dann in ios 13 aus gar nicht so viel unterschied oder also ich war etwas enttäuscht wie ich die bilder hier gesehen habe muss ich ganz ehrlich sagen wir haben hier keine neuen icon designs bis auf eins das kommt nachher das einzigste was hier neu ist ist hier das dock denn hier wo sind wir denn da haben wir unser normales milch glas weiß transparentes dock und hier bei der beta keine beta sondern hier bei ios 13 haben wir ein dunkleres dock also das deutet mal wieder auf den dark mode hin wer hier wahrscheinlich eines der großen features wird wahnsinn so eine kleinigkeit eigentlich doch das wird ein größeres feature hier in ios 13 das ist eben das neue also noch mal hier das neue dock und hier unser aktuelles dock ja also hält sich sehr in grenzen der unterschied aber wir haben noch etwas mehr das hier ist ein blick auf die neue musik app und auch hier sieht man da ist der dark mode total eingerichtet also der ganze hintergrund ist pitch black also total schwarz und das spart natürlich massig an strom hier auf den geräten mit oled display ab dem iphone 10 10s 10s max und natürlich auch dem iphone 11 wenn es dann kommt da spart man dann richtig denn hier sind die pixel komplett ausgeschaltet überall wo das ganze schwarz ist ja ansonsten ja allzu viel lässt sich da nicht sagen außer sieht eigentlich ganz gut aus aber die bedienelemente hier unten das sieht auch alles sehr sehr vertraut aus also ich hoffe dass hier echt noch ein bisschen mehr kommt denn ich habe mir von ios 13 eine größere veränderung gewünscht dass hier endlich mal was neues reinkommt neuer schwung eine neuere optik und ja einfach mal mehr abwechslung also ich hoffe da kommt noch was das will ich damit nur sagen da haben wir noch ein drittes bild hier sehen wir das screenshot tool wo man dann die sachen zuschneiden kann und auch markieren kann hier mit den stiften oder mit den werkzeugen und hier sieht man ganz deutlich der sky morphismus ist zurück das heißt dass die dinge so aussehen wie sie auch in wirklichkeit aussehen und nicht nur so matt oder nicht nur so angedeutet werden mit ein paar strichen denn ihr seht hier der stift mit dem radiergummi der radiergummi hat radiergummi farbe und hier auch die stifte die sehen alle ein wenig dreidimensionaler aus und ja ich denke mal das wird sich auch weiter noch hier durchziehen durch ios 13 und dann gibt es noch eine neue app oder eigentlich keine neue app sondern ein neues app icon denn ich zeige es euch mal zwei apps werden hier kombiniert und zwar ist das einmal hier die freunde app da kann man ja auch die freigegebenen freunde dann quasi tracken und schauen wo die sind und hier oben die iphone suchen app die beiden werden kombiniert und das ganze nennt sich dann einfach nur noch find my und dann könnt ihr find my friends find my iphone oder find my ja was auch immer es wird ja gemunkelt dass apple auch solche tags rausbringen so kleine dinge die man an den schlüsselbund machen kann oder weiß der himmel wohin und dann kann man damit alles mögliche finden und das wird dann hier kombiniert und das ist das neue app icon dazu tja leute das sind die infos die wir haben hier zu ios 13 also ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht bin ich schon da ich mir hier mehr änderungen auch auf dem homescreen gewünscht habe aber wir halten mal den ball noch flach das sind hier gerade mal drei kleine screenshots da kann ja durchaus noch mehr kommen und nächste woche sind wir alle schlauer wenn ich die erste beta installiert habe und euch dann informieren werde das ist doch klar für heute sollte es aber gewesen sein freunde ich bedanke mich für das zusehen und sage tschüss bis zum nächsten mal mehr paket macht's gut nicht 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 Untertitelung des ZDF, 2020